Hättest du dich einfach rausgehalten, dann wären heute nicht zwei Menschen tot und viele andere schlimme Dinge wären auch nicht passiert. Das Ding ist, oft hat man gar keine Probleme, aber man macht sich Probleme. Man mischt sich einfach in Angelegenheiten ein oder man versucht zu helfen und diese Hilfe wird dann zu etwas Schlechtem. Und darum geht es auch heute in meiner Geschichte. Mein Name ist Ibo. Ich bin heute 45 Jahre alt und saß genau 15 Jahre im Gefängnis. Und ich hoffe, dass viele sich aus dieser Story was mitnehmen. Ich fange auch wirklich im Kindesalter an mit dieser Geschichte. Ich bin ein absolutes Vaterkind, Papakind. Ich liebe meinen Vater über alles auf dieser Welt. Natürlich liebe ich meine Mutter auch, aber mit meinem Vater war ich anders. Ich erinnere mich, ich bin zu dem Zeitpunkt ungefähr acht Jahre alt. Mein Vater und ich, wir sitzen auf der Terrasse zu Hause. Mein Vater redet, erzählt mir irgendwelche Storys, Geschichten von früher. Und ich höre ihnen sehr, sehr gerne zu, muss ich ehrlich sagen. Ich höre meinem Vater sehr gerne zu. Er hat Geschichten erzählt in einer Stimmlage, in einer Tonlage. Es war einfach unglaublich. Wirklich unglaublich. Oft saßen wir draußen oder im Wohnzimmer oder im Auto. Mein Vater war ein Mensch. Er konnte wirklich sehr gut unterhalten. Und er hat mir auch selber immer Geschichten erzählt, die sogar eine Message hatten. Wirklich. Mein Vater war am Rauchen, während er mir eine Geschichte erzählt. Ich höre ihnen sehr, sehr aufmerksam zu. Ich bin total aufgeregt. Ich will wissen, was als nächstes passiert. Ich will wissen, wie die Geschichte endet. Wer als Held aus dieser Geschichte rausgeht. Es ist wirklich übertrieben aufregend. Mein Vater ist am Rauchen, fängt dann auf einmal an zu husten. Und kriegt sich gar nicht mehr wieder ein. Er wird richtig rot. Ich sage zu ihm, ist alles okay bei dir? Er sagt ja. Dann sagt er zu mir, jeder aus unserer Familie, der geraucht hat, ist nicht über 60 geworden. Und ich denke so, okay. Und ich fange an zu rechnen. Mein Vater ist jetzt 48. Das heißt, er hat nur noch zwölf Jahre. Und das hat mich so heftig angegriffen. So als wäre es so eine tickende Zeitbombe. Noch zwölf Jahre auf den Tag genau. Ist mein Vater dann 60 und dann wird er sterben. Wie soll ich ohne meinen Vater leben? Wie soll ich ohne meinen Vater klarkommen? Ich bin in meinem Zimmer. Ich kriege kein Auge zu. Es ist 2, 3 Uhr nachts. Auf einmal fange ich an zu husten. Ich habe Schnupfen. Ich habe Fieber. Ich wurde richtig krank, weil ich mich so heftig so vertieft habe. Das war nicht mehr normal. Irgendwann kam meine Mutter dann durch mein Husten ins Zimmer. Hat mich gefragt, ob alles okay ist. Da habe ich angefangen zu weinen. Sagt sie, was ist los? Ich habe gesagt, mein Papa wird sterben in zwölf Jahren. Und sie sagt, was redest du denn da? Wer sagt dir sowas? Da meinte ich, er hat mir vorhin gesagt, jeder der aus unserer Familie geraucht hat, wird nicht über 60. Und ich sage, warte, ich rufe ihn mal. Mein Vater kommt rein, setzt sich neben mich. Ich bin so, ich habe sogar Schüttelfrost. Ich friere, mir ist warm, ich huste, komplettes Durcheinander. Er sitzt neben mir, legt so seinen Arm auf meine Schulter. Er sagt zu mir, was ist los, mein Sohn? Ich habe zu ihm gesagt, ich habe Angst, dich zu verlieren. Ich habe richtig krasse Verlustängste seit vorhin. Er sagt, warum? Ich habe gesagt, ja, weil du gesagt hast, also die Männer in unserer Familie oder Frauen, die rauchen werden nicht über 60. Und du hast nur noch zwölf Jahre. Er sagt, ja, nein, bei mir ist das ein bisschen anders. Ich rauche ja nicht so viel. Ich rauche wenig. Ich rauche nicht so viel. Du brauchst dir keine Sorgen machen. Ich habe noch ungefähr 25 bis 30 Jahre. Reicht das nicht? Ich habe gesagt, nein, das reicht auch nicht. Er sagt, aber ist doch schon besser als zwölf. 35 Jahre. Ist doch Bombe. Ist doch super. und gibt mir so einen Kuss auf die Wange. Ich habe nur noch so sein Schnurrbart gespürt. Der hat richtig gepikst und hat gesagt, ist wieder alles okay bei dir? Ich habe gesagt, bei mir ist alles okay. Ich habe mich beruhigt. Und so vergingen dann die Jahre. Eines Tages ruft ein Freund von meinem Vater an und sagt, ich muss zu dir. Ich brauche deine Hilfe. Wir sind zu Hause. Er kommt. Ich bin zu dem Zeitpunkt um die 14 Jahre alt. 14, 15. Der Onkel kommt. Ich kenne diesen Onkel auch sehr gut. Ich begrüße ihn. Mein Vater grüßt ihn. Meine Mutter begrüßt ihn. Er setzt sich hin. Auch ein wirklich sehr, sehr stabiler Mann. Und ich fange an zu reden. Und dann sagt er, meine Söhne heiraten. Beide meine Söhne wollen heiraten. Mir fehlt Geld. Und ich habe jemanden, der mir das Geld leihen würde. Aber er möchte jemanden haben, der bürgt. Und er hat deinen Namen gesagt. Er sagt, diesen Mann vertraue ich. Wenn er sagt, gib ihm das Geld, dann werde ich dir das Geld geben. Aber er muss mir sein Okay geben. Und er muss bürgen. Wenn du nicht zahlst, dass er bezahlt. Mein Vater guckt ihn an und sagt, ich bürge gerne für dich. Du weißt aber, mir geht es finanziell nicht gut. Das heißt, du musst diese Schulden bezahlen. Weil wenn du sie nicht bezahlst, muss ich sie bezahlen. Aber du bist ein Mann, der zu seinem Wort steht. Ich vertraue dir. Ruf ihn mal an. Er ruft ihn an. Er sagt, ja, ich bin jetzt bei den und den. Er möchte mit dir reden. Mein Vater nimmt Telefon. Hey, wie geht es, Bruder? Was machst du? Wie geht es, Familie? Solche Sachen. Der Typ am Telefon freut sich auch extrem, dass mein Vater gerade mit ihm spricht. Er hat meinen Vater sehr, sehr geliebt. Mein Vater sagt, der Mann, der hier gerade sitzt, ist für mich wie mein Bruder. Du kannst ihm blind vertrauen. Gib ihm das Geld, was er braucht. Er wird es dir wieder geben. Er sagt, du weißt, ich arbeite mit Zinsen und sowas. Er will 40.000 Euro haben. Normalerweise kriege ich für Zeitraum X55 zurück. 5.000 verzichte ich drauf. Er soll mir 50 geben. 5.000 Scheiß drauf. Das ist, weil du mit im Spiel bist, kriegt er günstige Rezinsen von mir. Mein Vater sagt, du bist ein Ehrenmann. Vielen, vielen Dank. Das weiß ich sehr zu schätzen. Du kannst ihm, wie gesagt, das Geld geben. Alles gut. Der Typ steht auf, umarmt mein Vater, küsst seine Hände. Zwei, drei Tage später geht er hin und holt sich die 40.000 ab. Er holt sich die 40.000 ab. Hochzeit wird gemacht. Alles schön und gut. Er zahlt die ersten Raten und irgendwann zahlt er nicht mehr. Erste Monat, zweiten Monat, dritten Monat und mein Vater kriegt ständig Anrufe von seinem Kollegen. Du hast gesagt, ich kann ihm blind vertrauen. Er hat schon wieder nicht bezahlt. Mein Vater ruft ihn wieder an. Was soll das? Warum machst du das? Ich bürge doch für dich. Ich habe doch für dich gebürgt. Mach doch so nicht. Ich schwöre dir, ich werde dann und dann bezahlen. Tut mir leid. Es kam was dazwischen. Jedes Mal war irgendwas. Aber irgendwann war es dann an einem Punkt angekommen, wo der Typ sich nur noch verarscht gefühlt hat. Von meinem Vater und von ihm. Mein Vater ist am Durchdrehen. Mein Vater ruft den Typ an, der sagt, zahl seine scheiß Schulden. Zahl ihn. Hör auf, mich zu blamieren. Es hat sich noch niemand über mich beschwert. Ich schäme mich, wenn er mich anruft. Ich schäme mich. Bitte bezahl ihm sein Geld. Mein Vater wurde auch irgendwann, kam es an einen Punkt, wo mein Vater aggressiv wurde. Auf jeden Fall hat sich das Ganze immer weitergezogen. Immer weitergezogen. Immer weitergezogen. Irgendwann war es ein Jahr. Ein Jahr lang hat er nicht bezahlt. Dann wurden es eineinhalb Jahre. Dann wurden es zwei Jahre. Und dann kam dieser Tag. Ich stehe in der Küche. Mein Vater läuft im Flur hin und her. Und damals gab es nicht Handys und WhatsApp und solche Sachen. Es ging alles nur über das Haustelefon. Mein Vater läuft im Flur hin und her und hat das Telefon in der Hand. Hat Lautsprecher an. Und dann wurde der Typ am Telefon laut. Denn mein Vater hat Lautsprecher ausgemacht und an seinem Ohr gehalten. Und mein Vater ist am Durchdrehen. Der Typ legt auf. Mein Vater ruft dann seinen Kollegen an. Also den, für den er gebürgt hat. Und schreit ihn richtig an. Er sagt, hör mir zu. Ich habe gerade einen Anruf gekriegt. Von den Cousins von diesem Typen. Die wohnen in Holland. Die haben zu mir gesagt, wenn das Geld in einer Woche nicht da ist, nehmen die mir ein meiner Söhne oder meine Neffen. Und ich schwöre es dir. Wenn ein Haar von meinem Sohn gekrümmt wird oder von meinen Neffen, bist du und deine ganze Familie tot. Und mein Vater schreit durchs Telefon. Ich habe Angst gekriegt. Mein Vater hat das Telefon in der Hand und zittert und schreit und sagt, ich werde deine ganze Familie auslöschen, wenn irgendjemandem was aus meiner Familie passiert, weil du nicht bezahlst. Meine Mutter sagt, beruhig dich. Mein Vater schreit meine Mutter an. Ich stehe da. Ich traue mich gar nicht, irgendwas zu sagen. Dann rufen die drei, vier Tage später an und sagen zu meinem Vater, wenn du ein Mann bist, dann komm zur Grenze von Holland da und dahin. Mein Vater sagt, ich bin ein Mann und ich komme da jetzt hin. Wer seid ihr überhaupt? Habe ich das Geld von euch genommen? Okay, ich habe gebürgt. Der Wichser, dieser Hund bezahlt nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Er sagt, komm hier hin. Wir klären das. Wir klären das so, wie wir das klären. Mein Vater sagt, in diesem Ton sprichst du nicht mit mir. Ich komme jetzt. Meine Mutter sagt, geh da nicht hin. Bitte. Du weißt, wie diese Leute sind. Du kennst diese Leute nicht. Er sagt, wenn ich jetzt nicht dahin gehe, werden die sagen, ich habe Angst vor denen. Ich muss dahin gehen und ich werde das jetzt klären. Ein für alle Mal. Ich will mit dieser ganzen Scheiße nichts mehr zu tun haben. Mein Vater geht los. Meine Mutter ruft sofort meinen Onkel an. Er ist losgefahren. Die haben ihn wieder angerufen. Mein Onkel sagt auch zu meiner Mutter, warum macht er sich überhaupt in diese Probleme rein? Hätte er von vornherein gesagt, ich will damit nichts zu tun haben. Sieh zu, wie deine Söhne selber heiraten. Das interessiert mich nicht. Und fertig. Dann wäre der Typ vielleicht ein, zwei Tage enttäuscht, aber danach hätte er es auch wieder vergessen. Warum macht er das? Er soll sich einfach aus dieser Scheiße rausholen und sowas nie wieder machen. Ja. Wir warten, wir warten, wir warten. Mein Vater geht nicht ans Telefon ran. Und dann kam die Polizei zu uns nach Hause. Das Ganze war wie in einem Film. Die Polizei kommt bei uns rein, setzt sich hin. Meine Mutter setzt sich hin. Ich stehe da. Und es sind schon mehrere Stunden vergangen. Sehr viele Stunden sind vergangen. Es ist schon nach null Uhr. Auf jeden Fall, die Polizei setzt sich hin. Meine Knie zittern. Und ich stelle mir die ganze Zeit die Frage, was passiert jetzt? Was ist los? Der Polizist setzt sich hin, die Polizistin auch. Meine Mutter sitzt gegenüber von denen und guckt die einfach nur mit diesem Blick an. So, was ist los? Was erwartet mich jetzt? Meine Mutter hat sehr, sehr viel Angst. Ihr wisst, wie Mütter sind. Eine Kleinigkeit und die sind sofort unter Schock. Sagen ihr, Der Mann wurde leider ermordet. Wir haben seine Leiche gefunden auf einem Rastplatz. Meine Mutter fängt an zu schreien. Ich fange an zu weinen. Polizei versucht zu beruhigen. Onkels, Tanten, ganze Straße ist auf einmal voll, 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 voll. Ich bin nach oben in mein Zimmer gerannt. Ich weiß gar nicht, was ich denken soll, was ich machen soll. Die haben meinen Vater ermordet. Die haben einfach meinen Vater ermordet. Ich musste an so viele Momente mit ihm denken. Ich weiß das Ganze seit fünf Minuten, aber mir sind hundert Millionen Gedanken durch den Kopf gegangen, wie wir draußen saßen und er mir Geschichten erzählt hat. Wir geredet haben, gelacht haben, einkaufen gegangen sind zusammen, zusammen im Auto unterwegs waren. So viele Dinge gingen mir durch den Kopf. Ich weiß nicht, wie ich euch dieses Gefühl beschreiben soll, aber wenn du einen Menschen erst das letzte Mal vor ein paar Stunden gesehen hast, aber ihn schon so sehr vermisst und du weißt, dass du diesen Menschen nicht wiedersehen wirst und dass das, was du kanntest, dieses gemeinsam sitzen, essen, trinken, Spaß haben, das nie wieder da sein wird, das zu akzeptieren in deinem Kopf ist so gut wie unmöglich in diesem Moment. So gut wie unmöglich in diesem Moment. Die Mörder wurden geschnappt. Es waren mehrere Leute, aber nur einer wurde verurteilt. Aber ich konnte mit diesem Gedanken nicht umgehen. Ich konnte mit diesem Gedanken nicht umgehen, dass mein Vater wegen nichts ermordet wurde, umgebracht wurde. das hat mich innerlich zerfressen. Mein Vater hat mir immer so Geschichten auch von Helden erzählt. Auch von, auch so Rache-Geschichten hat er mir erzählt. Und ich habe immer so dieses Funkeln in seinen Augen gesehen, wenn er über einen Mann gesprochen hat, der einfach ein Mann war, der Ungerechtigkeit nicht akzeptiert hat. Mein Vater war selber auch so ein Mensch. Mein Vater war selber auch so ein Mann, der Ungerechtigkeit nicht geduldet hat, der sich für die Schwachen eingesetzt hat. Und ein Mann war, der auf jeden Fall zu seinem Wort steht. Ich habe lange, 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 lange überlegt. Ich habe wirklich sehr lange überlegt. Was soll ich jetzt tun? Was soll ich jetzt tun? Ruhig sitzen bleiben geht nicht. Das kann und werde ich nicht akzeptieren. Ihr gottverdammten Hunde werdet dafür bezahlen. Egal wer aus eurer Familie, ihr werdet dafür bezahlen. Ich habe das ganze wochenlang hin und her geplant, gemacht gemacht und getan gemacht und getan und musste immer wieder ständig an diese Bilder denken mit meinem Vater. Vor allem auf der Trauerfeier, vor allem wo er im Sarg lag und ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Diesen leblosen Körper zu sehen, der nicht mehr atmet und sind. Diese Farbe war im Gesicht weg. Jeder von euch, der noch nie einen toten Menschen gesehen hat, kann das wahrscheinlich nicht verstehen, aber ein toter Mensch sieht einfach so kalt aus. Wirklich kalt. Du weißt, da ist kein Leben mehr in diesem Körper drin. Das kann man in Worten nicht beschreiben. Es geht einfach nicht. Dieser Mann, der das Geld dem anderen Mann gegeben hat, wohnt nicht weit weg. Halbe Stunde. Halbe Stunde ungefähr wohnt er von uns entfernt. Ich habe lange überlegt, was mache ich. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, flieg in die Türkei, geh zu meiner Tante und so, komm ein bisschen zur Ruhe. Mein Vater wurde übrigens auch da beerdigt. Geh meinen Vater besuchen. Versuch deinen Kopf ein bisschen frei zu kriegen, wenn ich dich auch noch verliere. weiß ich nicht, was ich machen soll. Sie hat mir Gott sei Dank diese Geschichte abgekauft. Wir haben ihr ein Ticket gebucht. Sie ist in die Türkei geflogen und war weg. Und an dem Tag ging der Plan schon los. Ich weiß, dass dieser Mann ein Obst- und Gemüsehändler ist. Ich weiß, wo sein Laden ist. Ich weiß, dass er keine Angst hat. Ich weiß, dass er jeden Tag in seinem Laden ist. Ich weiß, dass er diese Leute beauftragt hat, seine Cousins. Und ich weiß auch, dass er diese Tat null bereut. Ich weiß, dass er sie nicht bereut. Ich bin mir sicher. Und ich weiß auch, dass er keine Angst hat. Weil wenn es bereuen würde und Angst hätte, dann würde er nicht jeden Tag in seinem Laden stehen, guten Tag und schönen Tag noch sagen und bitte schön und danke schön und bla 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 und würde seine Äpfel da verkaufen. Ich habe mir auch natürlich Gedanken gemacht, wie ich das Ganze mache. Mir war einfach nur wichtig, dass er mir dabei in die Augen schaut, weil ich bin der Sohn von meinem Vater. Ich bin keine Pussy, dass ich ihn von hinten abknall. Er soll schauen. Das war mir wichtig, dass er weiß, warum ich da bin und wer ich bin und von wem ich der Sohn bin. Das war mir wichtig. Ich habe einen guten Freund von mir angerufen, Romy. Ich habe gesagt, Romy, Bruder, ich habe Depression, ich kann nicht mehr schlafen, ich habe keine Ruhe mehr, ich weiß nicht, was ich machen soll, ich habe nur Rache Gedanken, ich brauche scharfes Eisen, ich muss das erledigen. Er sagt, Bruder, pass auf, es gibt bessere Möglichkeiten. Ich kenne ein paar professionelle Leute, die werden ihn abknallen, die nehmen ihn mit oder knallen ihn einfach vor seinem Laden ab, hauen ab. Keiner wird jemals wissen, dass du was damit zu tun hast, du kommst nicht in den Knast. Ich habe gesagt, Bruder, warte, 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 diese Filme gehen nicht, Bruder, das muss dieser Finger sein, der abdrückt, verstehst du, das muss dieser Finger sein, nicht von jemand anderem, das geht nicht, Bruder, ich will auch dafür in den Knast, ich er muss mich angucken, er muss mir in die Augen schauen, er muss für immer und ewig weg sein, er hat gesagt, du kommst in den Knast, ich besorg mir, was ich brauche und den Rest mache ich, er sagt Tamam, kein Problem, ein paar Tage vergehen, er besorgt mir die Knarre, ich hole sie ab, ich habe meine Mutter angerufen, ich sitze im Auto, es ist ein regnerischer Tag, ich sitze wie gesagt im Auto auf einem Parkplatz, ich rufe meine Mutter an, ich weiß, dass es das letzte Gespräch sein wird, was ich so in Freiheit mit ihr führe, ich habe zu ihr gesagt, wie geht es dir, wie ist es in der Türkei, wie geht es meinen Tanten, Onkels, wie geht es meiner Oma, warst du schon auf dem Friedhof, hier geht es allen gut, mach dir keine Sorgen um mich, mir geht es gut, ich habe hier alles, mir fehlt es an nichts, ich ich bin echt am überlegen, ob ich hier auch alles aufgebe und wir einfach in der Türkei einen Neuenfang machen, sie sagt, würdest du das wirklich tun, ich habe ihr gesagt, ich weiß, ich weiß, dass du dich da wohl fühlst, ich weiß, dass dich hier einfach alles an mein Vater erinnert, wenn du willst, machen wir das, das ist für mich gar kein Problem, für bist du noch deine Nichte, ist die noch Single oder hat sie schon geheiratet, ich wollte sie so ein bisschen zum Lachen bringen, sie ist noch zu haben, ich habe gesagt, ja, dann rede mit dir, ich habe einen richtig hübschen Sohn in Deutschland erkompelt und dann heiratet er dich, mache sie für mich klar, meine Mutter war auch richtig cool drauf, sagt, ja, warte erst mal und so, komm erst mal hierher, mach du der Welt liebe und egal, was auch in Zukunft passiert, es gibt Menschen, die machen Fehler, ich will, dass du einfach weißt, dass ich dich liebe, sag, ich liebe dich auch, mein Sohn, pass auf dich auf und melde dich zwischendurch, ich habe gesagt, ich mache mir Sorgen um dich, sag, nein, um mich brauchst du dir null Sorgen machen, meine Brüder sind hier, meine Schwestern sind hier, deine Oma ist hier, ich fühle mich wirklich sehr, sehr wohl, ich habe gesagt, Tamar, dann hast du mich jetzt beruhigt und es ist alles gut, mach du dir auch keine Sorgen um mich, pass auf dich auf, ich küsse deine Hände, grüß Oma, meine Onkels, Tanten und wenn du am Grab von meinem Vater bist, grüß ihn von mir und küss bitte sein Grabstein für mich, sag, okay, mache ich, sie hat aufgelegt, Auto angemacht und bin losgefahren, ich bin auf der Autobahn, ich gucke mir so die Gegend an, ich gucke mir die Autobahn an, ich gucke mir die Windkrafträder an, ich gucke mir den Himmel an, ich fahre durch die Stadt, warum ich mir alles so intensiv angeguckt habe, weil ich wusste, dass ich das Ganze hier nicht mehr lange sehen werde, ich werde das Ganze hier nicht, ich werde es lange nicht mehr sehen, ich parke, ich parke mein Auto, es gibt kein Zurück, es gibt kein Zurück, ich bin jetzt da und ich muss das jetzt durchziehen, für meinen Vater, für meinen geliebten Vater, so viele schlaflose Nächte, habt ihr ihm bereitet, jeden Tag ist er mit Augenringen aufgestanden, weil er schon sich geschämt hat, wenn du ihn angerufen hast, du dreckiger Hund, ich habe mein Fenster runter gemacht, ich habe mir erstmal eine Zigarette angemacht und ich habe diese Zigarette so heftig genossen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, ich habe dran gezogen, auf Lunge gezogen, ein paar Sekunden gewartet und dann erst ausgepustet, diese Zigarette musste ich zum Schluss noch einmal richtig schön genießen, ich rauche meine Zigarette auf, Fenster hoch, steige aus dem Auto, ich bin auch aufgeregt, will jetzt hier nicht einen auf Hulk tun, ich bin aufgeregt, mein Herz ist am Rasen, mein Herz ist am Rasen, aber ich weiß für wen und für was ich das tue, ich gehe in den Laden rein und ich höre nur noch, wie ein Mann sich halb tot lacht, ich denke mir, wer lacht denn hier so, ich gehe rein und es ist genau dieser Mann, zu dem ich will, der gerade den Lachanfall seines Lebens hat, er lacht, 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 er sieht mich aber nicht, ich laufe langsam auf ihn zu, ich lasse ihn zu Ende lachen, weil es ist das Letzte, was er tut, ich beobachte ihn einfach und dieser kalte Blick, dieser Todesblick vor mir, hat diese Frau neben ihnen in so einen Schockzustand, also hat sie in so einen Schockzustand versetzen lassen, dieser Blick, schon allein dieser Blick vor mir, sie guckt mich an und wird blass, sie guckt ihn an, er sagt, was ist los, lacht noch so ein bisschen, dreht sich zu mir und ist genauso in einem Schockzustand, ich laufe so zwei, drei Meter auf ihn zu, wir haben noch so einen Abstand von sechs, sieben Metern, ich laufe zwei, drei Meter auf ihn zu, er sagt zu mir, was willst du hier, ich habe zu ihm gesagt, es gibt eigentlich viele Dinge, die ich dir sagen will, wirklich viele Dinge, wirklich viele Dinge, aber ich will gar nicht groß reden, ich will gar nicht viele reden, ich möchte einfach nur das tun, was ich tun muss, er guckt mich an, er sagt, egal was du jetzt hier tust, es wird Konsequenzen haben, ich gucke ihn an, ich so, das sind hier deine Konsequenzen, du kleiner Hund, ich nehme mein Eisen raus und habe ihn einfach durchlöchert, komplett, er ist wie so ein Schwein auf den Boden gefallen, ich gucke die Frau an, ich mache so, verpiss dich hier, weg, sie rennt raus, sie schreit, ich gucke ihn an, ich habe ihn angespuckt, gesagt, das ist verreckt, du dreckiges Stück Scheiße, stirb und ich hoffe, du hörst mich noch, ich hoffe, du bist gerade noch nicht tot und stirbst gerade langsam, du kleiner Wichser, es hat null wehgetan, null, wirklich null, mein Herz hat wieder ruhiger geschlagen, ich höre schon die Polizeisirene, ich nehme mein Handy raus, ich rufe meine Mutter an, sie sagt zu mir, ja mein Schatz, hast du irgendwas vergessen? Ich habe gesagt, ich habe diesen Mann ermordet, er liegt hier gerade tot vor mir und die Polizei ist unterwegs und ich werde ins Gefängnis kommen. Sie hat angefangen zu weinen, warum hast du das getan? Ich habe gesagt, pass auf, ich kann nicht lange reden, du bist bei deiner Familie, du bist bei deinen Brüdern, bei deinen Schwestern, bei deiner Mutter. Ich konnte das nicht einfach so durchgehen lassen, dass mein Vater auf irgendeinem Rastplatz ermordet wird und dieser kleine Wichser, dieser Hund, hier weiter Äpfel, Bier und Bananen verkauft, als wenn nichts passiert. Es ging nicht, es tut mir leid, ich liebe dich über alles, tschüss, habe aufgelegt. Die Polizei kommt direkt mit Knarre in den Laden rein, auf dem Boden, Hände hinter dem Rücken, lassen sie die Waffe fallen, all diese ganzen Filme, haben mich festgenommen. Es kam zur Gerichtsverhandlung, natürlich, natürlich habe ich lebenslänglich gekriegt, aber ich bin als Mann in den Knast gegangen und bin als Mann wieder rausgekommen. Und das für meinen Vater. Einen wunderschönen Abend wünsche ich euch noch. Folgt mir und mein Brimilio auf Insta, abonniert diesen Kanal, aktiviert die Glocke und ich küsse eure Herzen, nehmt euch aus der Geschichte das mit, was ihr wollt. Bitte nur Positives, ich möchte niemanden dazu motivieren, Rache zu nehmen oder Sonstiges, aber 15 Jahre Gefängnis, es muss nicht sein. Jeder bekommt das, was er verdient, früher oder später. Das war es von mir, euer Seid Ibrahim. Jum'atmültige 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 Jum'atmültige